Fellner Live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, das gibt's nur bei Fellner Live. Eben haben sie sie noch im ORF bei Dancing Stars gesehen. Jetzt sitzt sie schon bei mir. Jetzt werden einige sagen, wie geht das? Natürlich nur so, weil wir das vorher schon aufgezeichnet haben, dieses Interview. Sonst wäre das unmöglich. Sonst hätten wir die Carina Sakisawa, über deren Besuch ich mich so ganz besonders freue, ja direkt hierher beamen müssen. Carina endlich wieder in Österreich, muss man sagen. Endlich wieder im Fernsehen. Heute ist Dancing Stars gestartet im ORF. Und Carina ist mittlerweile nicht nur die Schönste, sondern auch die einzige weibliche Jurorin in dieser wunderbaren Tanzshow. und gibt da heute sozusagen ihre, weil sie ja auch Ballett hat, ihre Solo-Ballett-Premiere, könnte man sagen, als prima Ballerina in der Jury der Dancing Stars mit einer neuen Moderatorin, mit neuen Tanzbahnen. Alles neu. Aber Carina ist sozusagen das Gesicht, das wir aus den letzten Dancing Stars folgen nehmen. Hallo Carina. Willkommen bei Fendner Live. Willkommen in Wien. Hallo, es freut mich sehr, dich zu sehen. Danke schon für die Einladung. So eine riesige Vorstellung hast du mir jetzt. Na ja. Ich habe gar nichts verfolgen können. Eine Art Blumenbouquet überreichen, wenn du schon hier bist. Vielen, vielen Dank. Also das schmeichelt mir sehr. Carina, wie lange warst du schon nicht mehr hier? Weil ich nehme an, du bist derzeit wahrscheinlich nicht wahnsinnig oft in Wien, oder? Fragst du mich fast jedes Mal, aber ich bin eigentlich fast jede Woche hier gewesen. Ich war letzte Woche in Graz, auch auf Steiern, das wird ja auch gezeigt im Fernsehen. Und weil mein Sohn jetzt 18 ist und Auto fährt, habe ich ja noch eine Möglichkeit, mich mobil zu machen und auf die Schnelle nach Wien zu kommen. Und er fährt ja so gern Auto, der Gabriel. Sehr unfassbar, dass dieses junge Mädchen, das da neben mir sitzt, schon einen 18-jährigen Sohn hat. Unglaublich. Carina, jetzt also geht Dancing Stars wieder los. Ist es dir abgegangen? Weil das ist ja mit dem Beginn der Corona-Krise abgebrochen worden. Ja, total, natürlich. Das war ein großer Schock und ein negatives Erlebnis. Man atmet ja so tief ein, haltet die Luft an für die ganze Folge. Irgendwie hat man das schon in der Seele und im Kopf und im Körper und auf einmal, zack, wird das einfach wie abgehackt. Also das war schon ein sehr trauriges Erlebnis. Und vor allem, man wusste ja nicht, wann es weitergeht. Ich freue mich sehr, dass es jetzt quasi... Also es waren sechs Monate Pause und heute Abend ist das also in großem Stil wieder gestartet. Wahrscheinlich auch ein sehr emotionales Erlebnis, oder? Dass sich da alle wiedersehen. Auf jeden Fall, aber auch ein bisschen negativ besetzt, das würde ich sagen, wenn ich darf. Weil natürlich hören die Leute nicht gerne jetzt jedes Mal über das ganze Geschehen und wollen auch nicht... Man will auch leichte Unterhaltung und was Schönes sehen. Ich glaube, dass Dancing Stars genau der Format ist, der allen jetzt ein bisschen Freude verschafft und vielleicht ein bisschen wegdenken lässt von den ganzen Covid-Sachen und so weiter. Klar freue ich mich, aber es gibt so viele Einschränkungen. Man darf nicht jeden einladen und man muss... Wir sitzen durch eine Plastikscheibe getrennt mit der Jury. Also alles so, wie es sein muss, coronamäßig korrekt. Es haben ja zwei Damen coronabedingt das Handtuch geworfen, die Miriam Weichselbraun, aber auch die Frau Björn Hansen, deine Co-Jurorin. Beide haben gesagt, sie können das unter diesen Corona-Bedingungen nicht weitermachen. Ständig testen müssen, nach Wien nicht einreisen dürfen, beim Zurückfahren in Quarantäne gehen müssen. Jetzt sind die Ungarn da ja, glaube ich, besonders strikt. Wie schaffst du das, Dancing Stars machen zu können bei dieser doch sehr harten Linie, die die Ungarn da fahren? Also du wirst es nicht glauben, ich hatte vorgestern einen Corona-Test, das war mein 8er in Ungarn. Und ich hatte heute, jetzt noch, bevor wir uns gesehen haben, einen Corona-Test in Wien hier noch einmal, obwohl ich negativ getestet wurde. Ich hatte schon mittlerweile 8 Tests hinter mir, das ist meine Lieblingsprozedur, die ich mittlerweile hasse. Und natürlich fragt man sich, wofür und warum, wenn überall negativ, negativ steht. Aber so sind die Vorschriften, wenn ich aus Ungarn ausreise, brauche ich einen negativen Test. Wenn ich wieder einreise, brauche ich einen negativen Test innerhalb 24 Stunden, damit ich nicht in die Quarantäne gehen muss. Und weil die Oper doch ab und zu off-on funktioniert irgendwie, brauche ich das alles. Aber ich würde mir wirklich in den Arsch beißen, wenn man das so sagen darf, um Dancing Stars weiterzumachen. Und das habe ich ja auch in dem Fall quasi gemacht. Das ist ja wirklich ein super Engagement von dir, dass du in Zukunft, das muss man wissen, wann immer du zu Dancing Stars anreist, es über dich ergehen lässt, vorher und nachher, hier einen Corona-Test zu machen, um an- und abreisen zu dürfen. Ja, ich habe noch 18 vor mir, glaube ich. Ja, genau, neun Folgen sind noch, mal zwei Tests, das heißt 18 Corona-Tests noch für die Karina. Karina, du sitzt jetzt alleine zwischen den beiden Juroren. Das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach, weil zumindest einer davon ist ja ein schwerer Macho, wie wir wissen, der Ballascheiger. Und der hat es euch manchmal schon als Frauen ziemlich gegeben, hatte ich den Eindruck. Ja, den musst du jetzt alleine auspeitschen in der Jury, oder? Also, auspeitschen ist nicht so meins, obwohl, das habe ich ja noch nicht probiert. Ich finde nicht, also ich weiß nicht, ob du ihn als Mann, als Macho bezeichnen würdest, ich als Frau, würde ich es nicht tun. Ja, das hört er jetzt gar nicht gerne, aber macht nichts, wird er aushalten müssen, ja? Ja, jeder hat seinen Geschmack, ja. Austeilen bin ich irgendwie noch nicht negativ von ihm angegriffen worden. Er hat einmal in einem Interview, in einem Zeitungsinterview gesagt, die Karina ist unsympathisch und Backstage auch, also im normalen Leben auch, ja. Und da dachte ich mir, bitte, wir sehen uns genau 30 Sekunden vor der Sendung, dann machen wir die Sendung und genau 25 Sekunden nach der Sendung, wenn ich das Mikro abmache und er noch daneben steht. Und man soll doch nicht sich über Menschen äußern, die man gar nicht kennt. Also ich würde mich nie über ihn irgendwie äußern, weil ich weiß nicht, wer dieser Menschen Wirklichkeit ist. Also, große Liebe wird das keine, auch weil er nicht ein Typ ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber es wird sicherlich sehr viel Sympathie von dir für die Teilnehmer von Dancing Stars diesmal geben. Denn tänzerisch dürften ja diesmal wirklich, wirklich gut sein, nach dem, was man gesehen hat, oder? Ja, und ich wurde jedes Mal gefragt, was erwarten Sie sich, Frau Sarkisowa, und was ist das Wichtigste beim Dancing Stars und so weiter und so fort. Und ich habe immer gesagt, Tanz, 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 das ist das Wichtigste. Nicht sich selbst promoten, nicht sich selbst irgendwie nach vordrängen oder seinen Namen und wie auch immer. Also das Wichtigste ist, gut zu tanzen. Und heute, jetzt, heuer, haben wir eine richtig gute Besetzung. Natürlich gehört immer ein Späßchen und ein Witz dazu. Auch hoffentlich wird es auch lustig sein und unterhaltsam. Aber das Tänzerische, das kann ich schon den Zuschauern versprechen, dass es heuer wirklich stark sein wird. Ja, in den Umfragen bei uns führt ja Silvia Schneider. Allerdings können wir sagen, bei uns gewinnt immer eine Skifahrerin. Das wäre die Niki Schmidhofer. Wen siehst denn du so als heimliche Favoritin, bevor du wirklich zu voten beginnst? Also du sagst schon Favoritin. Muss es eine Frau sein? Oder Favorit, ja genau. Kann natürlich auch ein Mann sein. Also der Norbert Oberhauser ist gar nicht so schlecht. Ja, den habe ich gesehen. Den habe ich auch vor kurzem bei einem anderen Event gesehen in Österreich. Und der ist richtig gut in Form. Und ich habe ihn gefragt, Norbert, was hält dich in so einem guten Zustand? Ja, und er sagt, meine Tanzpartnerin natürlich. Und ich meine, aha, weil alle verlieben sich sofort. Nein, 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 also er hat Familie und Kinder und so weiter. Aber was ich gesehen habe bei den Männern, die haben bis jetzt nur Gruppentanz gemacht. Heute sind ja die dran gewesen. Der macht sich gar nicht schlecht. Und auch sympathisch. Das ist wichtig für das Publikum-Voting. Also den hast du auch noch ein bisschen auf der Favoritenrolle. Ja, den habe ich im Auge. Aber Favoriten ist noch zu früh zu sagen. Silvia Schneider ist ein ganz, ganz heißer Tipp. Natürlich würde ich sagen, aber was Österreicher auch nicht so gerne hat, was Österreicher nicht so gerne haben, würde ich mich jetzt korrigieren, ist genau das, was sie hat, die Perfektion. Und sie ist eine Perfektionistin. Und mal sehen, ob sie nicht so perfekt ist. Genau. Und da hat üblicherweise eine Skifahrerin in diesem Land immer einen riesen Frössprung, muss man sagen. Also wenn die so gut ist wie im letzten Jahr ihre Vorgängerin, dann kann das schon auch noch eine Erfolgsstory werden für diese Niki Schmidhofer. Das ist schwer zu sagen. Also das, was ich gesehen habe, da würde ich keinen ersten Platz prophezeien, keinen Dancing Stars zu stellen. Mal sehen, wie sie sich macht. Ich habe noch eben keine Zeit gehabt, alle kennenzulernen. Aber du liebst dieses Format, dieses Dancing Stars. Ja, natürlich. Man kann das nicht leugnen. Ich würde mein ganzes Leben lang korrigiert und für alles sozusagen, bei jeder Probe würde ich kritisiert, was man besser machen sollte. Und für die Vorstellungen vorbereitet, so, jetzt darf ich das machen. Und ich kann das nicht leugnen, eben, dass es auch Spaß macht. Und nicht nur bösartigen Spaß, dass man den Menschen sagen kann, was die nicht können, sondern auch guten Spaß, meine ich, was weiterzugeben, was man selber schon kann, kennt, jahrelang getan hat. Ich hatte heuer mein 20. Bühnenjubiläum und das ist schon was. Also wenn man 20 Jahre fast täglich vor 3.000, 4.000 Menschen steht, alleine auf der Bühne, dann kann man schon was dazu sagen, wenn man einen Tanz sieht. Du bist ja von Wien nach Budapest emigriert, sehr zu meinem Leidwesen, weil diese Dummköpfe an der Staatsoper das nicht wirklich zu schätzen gewusst haben. Wir wissen ja, da gibt es die legendäre Story, dass du einmal so halbnackt, muss man sagen, weil wirklich nackt war es eh nicht, für den Wiener posiert hast. Ich habe das dann großgebracht und das Staatsopergerät dann durchgedreht, wie wir wissen etc. Daraus sind dann eher gespannte Verhältnisse geworden und dann bist du nach Budapest gegangen, wo die dich lieben und dir, glaube ich, auch sehr, sehr gute Arbeitsbedingungen zu Füßen legen, oder? Ja, ich meine, wie man weiß, jede Tänzerkarriere geht irgendwann mal zu Ende und ich habe selber immer gesagt, eine Dönnröschen oder eine Romeo und Julia, also eine Julia kann einfach keine 43 sein, wenn sie auf die Bühne geht. Und das habe ich selber nie gern gesehen, auch wenn ich als Kind noch im Theater war und man weiß einfach, die Tänzerin ist so, äh, so lange will ich ja auch nicht tanzen und langsam werde ich meine Karriere als Tänzerin beenden. Echt? Na, langsam. Und ich habe eben einen Vertrag bekommen als Hauschoreografin und Ballettmeisterin, was mich auch freut. Wow, an der Budapester Staatsoper. Ja, und das ist auch das erste Mal an der Geschichte der Budapester Staatsoper, das ist ein Hauschoreografin. Und du hast eine Premiere, habe ich gelesen, ne? Am 10. Oktober findet eine Sakisova-Premier statt. Genau, choreografiere ich. Und zwar, was genau? Das heißt Joyful und das ist ein modernes Ballett, das würde jetzt mal als erstes Stück von mir bestellt, von dem Direktor, also ganz genau, da gab es ganz genaue Vorgaben, auch Musik würde mir gegeben und ich habe auch Salome die Oper choreografiert vor kurzem und ab den nächsten Stücken dann darf ich mir schon selber aussuchen. Das heißt, du entwickelst dich von der Tänzerin zur Choreografin zur Ballettschefin hin, könnte man sagen. Wer weiß, wer weiß. Also wenn du mir das prophezeist, dann werde ich nicht auf den Holz klopfen, sondern eher das Guteißen, weil du hast einen sehr guten Flow und eine goldene Hand. Nein, großartig, großartig. Also wenn das so wäre, das wäre ganz fantastisch und das ist ja der logische Schritt, den man geht, weil man kann natürlich tanzen, bis man umfällt oder man entwickelt sich in die Choreografie. Du tanzt aber schon noch selber, das heißt, du musst jeden Tag noch brutal trainieren. Wie viel trainierst du am Tag? Ja, wir fangen um zehn an und manchmal gehen die Proben bis 22 Uhr am Abend. Also zwölf Stunden. Ja, oder Vorstellung. Also natürlich gibt es Pausen, natürlich gibt es verschiedene Proben und natürlich als Profi und als sehr erfahrene Tänzerin kann ich das schon sagen, also das machen wir heute nicht und das machen wir und das. Also ich teile meine Kraft schon ein, es ist nicht brutales Training, aber das sind schon manchmal zwölf Stunden. Also früher war man ja nach zwölf Stunden total erledigt, du bist mittlerweile auf einem Level, wo du das wegsteckst. Nein, ich glaube, ab den kommt man nie. Das ist so wie im Film The Black Swan, also im Tanz gibt es keine Perfektion, die kann man einfach nie erreichen. Aber was man erreichen kann und was ich spüre auch mit meiner Erfahrung, dass man den Tanz genießen kann und das habe ich gelernt in dieser Zeit. Also du lebst jetzt fix in Budapest? Nein, nein, ich bin halb halb, also 50 Prozent, mit einem Fuß bin ich hier, Wolfgang. Wirklich, war? Wirklich, wirklich, ja. Echt, war? Super. Klopf nur an meine Türen. 50 Prozent Wien, 50 Prozent Budapest, hast du ein zweites Kind, das muss mittlerweile ja schon Kindergartenalter sein, wenn ich das sage, fünf Jahre, also schon fast Schule, ja, und geht in Budapest in den Kindergarten oder in Wien oder wie? Ja, geht in Budapest in den englischen Kindergarten, also spricht Englisch, Russisch und lernt Deutsch, weil wahrscheinlich wird er dann, wenn ich noch in Budapest sein werde, in eine österreichische Schule gehen oder wir ziehen dann zurück. Oh, wow. Das ist noch nicht ganz im Plan, aber alles ist möglich, sagen wir mal so. Und wie schaut es jetzt liebestechnisch bei dir aus? Bist du wieder in einer fixen Beziehung, Carina? Glaubst du, erzähle ich dir das? Naja, ich muss das fragen, weil sonst werde ich von den Zuschauern mit Tomaten beschossen. Also fix ist nichts, sagen wir mal so. Also es gibt eine Beziehung, aber fix ist nichts. Ich mag das Wort Beziehung nicht. Es gibt einen Mann. Nicht nur einen. In meinem Leben gibt es auf jeden Fall zwei, also das ist 18-Jährige und 5-Jährige. Also zwei männliche Männer, die du als deine wunderbaren Kinder hast. Ja. Der eine ist ja, der war ja früher auch ein Sportstar eigentlich. Ist immer noch, ist immer noch, fährt jetzt fürs russische Nationalteam. Ski, ne? Ja. Der war ein Skistar, muss man sich ja mal vorstellen. Als Wiener, ja. Als Wiener ist der zum Skistar geworden und fährt jetzt fürs russische Nationalteam. Ja. Mit 18 Jahren. Wird man den im Weltcup sehen oder wie schaut das aus? Mal sehen, wenn er nicht, wenn er alle seine Faulenzereien wegsteckt, dann bin ich mir sicher. Also ich bin mega stolz, wenn ich ihn da sehe, wenn er Super-Ski fährt oder Slalom. Da denke ich mir, Gott, das ist mein Riesendinosaurier, der da sich runterhaut. Das ist unglaublich. Also es gibt einmal zwei Männer, 18 und 5 und gibt es dann einen richtigen Mann auch noch in deinem Leben? Also ich sage dir eins, heiraten werde ich nie wieder. Wieso? Boah, das Scheiden ist zu kompliziert. Also heiraten wirst du nie wieder, aber? Alleine bin ich auch nie. Verstehe. Das war's. Du hast die ideale Mitte gefunden zwischen ich heirate nicht, aber ich bin auch nicht alleine. Ja. Gut, was ja kein Problem ist. Die Männer umschwirren dich, also du kannst es dir ja aussuchen, zack, zack, zack. So stelle ich mir vor. Ja, zumindest in Wien ist das so und in Budapest wird es nicht viel anders sein. Danke dir für das Kompliment. Jetzt hast du ja sechs Monate Corona erleben müssen. Und jetzt bist du ja in einem Beruf, da ist es nicht wirklich lustig, weil ich habe ja da durchmoderiert die Corona-Zeit. Das heißt, ich habe gar nicht wirklich mitbekommen, dass Corona ist. Aber bei dir nehme ich an, wurde der Opa zugesperrt, der ORF zugesperrt, Schluss, brummst dich zu. Du, das ohne Spaß, das war die depressivste und schrecklichste Zeit in meinem Leben. Wenn du auf Hochtouren trainierst, einen Schwanensee vorbereitest, glaubst in deinem Kopf schon, dass du jetzt übermorgen vor 5000 Menschen im weißen Tütü schwebst und auf einmal mittags bekommst du die Nachricht, heute Abend gibt es keine Vorstellung und ab heute Abend ist die Oper zu. Das erste Mal überhaupt in meinem Leben, das ist wie wenn man einem Bein abschneidet, wirklich. Also die ganze Kompanie war höchst unter Depression. Ich könnte überhaupt nicht ohne halbe Flasche Wein einschlafen. Das ist traurig gewesen. Also auch schwer mit dem Kind und schwer immer jeden Tag den gleichen Tag erleben zu müssen, zu Hause zu sein. Wir haben ja auch in Ungarn diese Quarantänezeit gehabt, wo man nicht aus dem Haus gehen dürfte. Wir haben aus dem Fenster geschaut. Also ich habe mich gesehen wie in einem Film, und zwar negativ, wie Schindlers Liste oder so. Ganz, ganz schlimm. Also ich hoffe, es wiederholt sich nicht mehr. Aber einst habe ich sogar gesagt, das ist wirklich blöd, dass ich in dieser Zeit lebe. Wie hast du denn dich weiter fit gehalten? Weil du lebst ja davon, dass dein Körper auf Höchstleistung getrimmt ist und Dinge vollbringen kann, die ein normaler Mensch sich ja nicht erträumen kann. Ja, was du da so als Ballettdänzerin alles auf die Bühne zauberst. Wie hast du das geschafft, das sozusagen weiter beizubehalten über sechs Monate hinweg? Also so halt Spagat zu machen und zu dehnen und ich weiß nicht, immer wieder Füße auf die Couch, ein Fuß auf die Couch, andere Fuß auf den Sessel und so Fernsehen. Ja, aber das ist ja sehr alleine nicht so und du machst ja richtiges Training. Eben, eben. Und ich sagte, es hat sich niemand fit halten können. Also praktisch haben alle, die ganze Company hat, wenn man alle Kilos zusammen nimmt, weiß ich nicht, Tonnen zugenommen. Und es ist auch niemand fit zurückgekommen. Uns wurde Ballettboden verteilt, aber das sind, glaube ich, zweimal zwei Stücke gewesen. Und da könnte man eben sogenannte Stange machen, also Anfang vom Training. Aber wir könnten nicht springen, wir könnten keine Drehungen machen, kein Spitzenschuh-Training. Also schlimm, schlimm, schlimm. Nie wieder, bitte. Nie wieder. Also du bist wirklich jemand, der sagt, Corona kann mir gestohlen bleiben. Das brauche ich nie wieder in meinem Leben. Ich glaube, niemand sagt was anderes, klar. Und jetzt kommt der Neustart. Spürst du irgendwie diese neue Energie in dir? Geht jetzt wirklich alles wieder los bei dir? Mit ein Spur Misstrauen. Obwohl, ich weiß, dass du das nicht magst. Du bist ein extrem erfolgreicher Mensch und ich sehe immer zu dir hinauf. Und immer, wenn ich mit dir kommuniziere, dann lerne ich was. Es gefällt mir sehr, wie du überhaupt deine Karriere und deine Sache gemeistert hast. Ich gratuliere dazu und riesen Respekt habe ich vor dir. Und ich weiß, dass du das nicht loben würdest, dass man so ein Misstrauen hat. Man soll nach vorne gehen, man soll an alles glauben. Du denkst dir so, aber komischerweise habe ich das in mir. Und früher hatte ich das nie. Und jetzt denke ich mir immer, mit ein bisschen Angst, heute machen wir das ja noch, morgen vielleicht nicht mehr. Nächste Woche vielleicht nicht mehr. Wird meine Premiere stattfinden oder nicht? Jeden Tag fahre ich zur Probe und denke mir, schwitze ich jetzt für irgendwas oder wird das doch umsonst? Also diese Oper zu auf einem Schlag, das hat mir schon irgendwie geschadet. Du bist so wie alle Menschen verunsichert worden durch diese Krise einfach. Und du musst erst wieder dein Leben ein bisschen neu ordnen und neu machen. Karina, du hast in dem Interview gesagt, dass du vielleicht nach Wien zurückkommst. Das war das Schönste, was du uns sagen konntest. Jetzt werden viele Frauen, die dich hier noch sehen, sagen, was macht die Karina da mit ihrer Frisur? Hat sie jetzt wirklich kurze Haare? Oder hat sie die Haare nur so elegant hochgesteckt? Das ist nur ein Trick. Aber das ist großartig. Du hast da die Haare hinten eingefasst. Wird das heute bei Dancing Stars auch so sein? Oder war das für Fellner Live eine Premiere? Wenn es dir so gefällt, dann lasse ich das noch für Dancing Stars. Wenn du das als Konkurrenz-Sendung siehst, dann mache ich eine andere Frisur. Das ist keine Konkurrenz-Sendung. Aber es schaut unglaublich cool aus, das Outfit mit dieser Frisur. Unglaublich schön. Weil du hast ja natürlich ganz, ganz lange blonde Haare. Ja, ich habe fast ja po-lang Haare jetzt. Unglaublich, ja. Also, Karina Saki-Soma bei Fellner Live. Ab sofort haben wir sie wieder regelmäßig, hoffentlich auch bei mir in der Sendung. Zumindest jeden Freitag im ORF. Und es klingt ein bisschen so, als hätte sie ein bisschen Heimweh nach Wien und würde vielleicht zurückkommen. Ja. Und dann würde sich nicht nur der Wolfgang Fellner, sondern wahrscheinlich der Großteil der Wiener sehr, sehr freuen darüber. Ja? Wenn wir dich wieder zurückhaben. Gut. Danke, Karina. Danke vielmals. Das war es für heute. Da haben wir Dancing Stars jetzt nach hinten noch überholt mit der Karina. Und sind sogar noch etwas länger mit ihr auf Sendung gewesen, als sie im ORF auf Sendung war. Das war es für heute. Am Wochenende sehen Sie in Fellner Live die Duelle. Morgen die Duelle der, würde ich sagen, Zuckergroschern. Und am Sonntag dann die Duelle der Wiener Spitzenkandidaten. Und am Montag sehen wir uns wieder. Unter anderem mit Umweltministerin Gewessler, die erklärt, warum sie Ihnen in Zukunft das Auto wegnehmen wird und warum sie in Zukunft mindestens 30 Cent für ihre Coca-Cola-Flasche zahlen müssen. Montag sehen wir uns wieder bei Fellner Live. Danke, Karina. Dankeschön. Ciao. Danke. Für Sie.